Oh. Was ist denn hier? Dann wohnen sie Dark. Mal gucken, wie Dark das hier weitergeht. Mit dem alten Mann. Ah. Ich sag ja, das ist das kaputte Haus von damals. Wir haben ja davon gelesen in der letzten Folge, ne? Ja, toll. Geh in den Raum, den der Talisman enthüllt hat. Äh, erhöht. Ich hab es geschafft. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Das ist der Raum? Vom Sufkopp. Suche im verhassten Hügel nach... Warte mal. Als ein Stolz verblasste, blieb Detective Karnby mit einem Gefühl... Bis 1900 noch was? Ah, ha, 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 ha. Hier sind wir erstmal sicher. Hier ist ein Schrank. Mit nix drin. Hier ist was. Mit nix drin. Hier ist was. Musik ist geil. Hier ist aber nix. Dann gehen wir mal zu diesem Buch. Äh, nee. Bericht ist das. Mai 1923. Montag. Alles gut. Bereit für die Lieferung. Wartung. Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung. Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfhaben widerwillig zugestimmt, Mr. Hartwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hartwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hartwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung. Die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Mhm. Mhm. Hier ist noch eine Tür. Da brauche ich einen Schlüssel für. Aha. Den ich nicht habe. Wir müssen alles akribisch absuchen. Weil hier immer irgendwo irgendwelche Dinge versteckt sein können. So. Dieses Gebumse ist wohl die Ölpumpe. Hier ist noch eine Bude, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Das ist in die Rückseite, wo uns der Schlüssel fehlt. Da ist noch eine Hütte. Wir gucken erst mal, ob wir hier reinkommen. Da ist der Bohr-Turm. Oh, die Geräusche. Geil. Anlegesteg-Schlüssel. Das ist für die Hütte da hinten, ne? Wir gucken mal weiter. Jetzt haben wir wieder ordentlich Pistolenkugeln. Anlegesteg-Schlüssel. Hier ist zu. Warte mal. Da ist doch so ein Riegel. Kann man den nicht aufmachen? Bevor ich den Schlüssel verwende, werde ich speichern. Nach dem Theater gestern, lasse ich mich da auf so eine Spielerei nicht mehr ein. Falls der hier überhaupt passt. Der passt. Der passt. Der passt. Was haben wir denn da? Brückenhebel. Den brauche ich für irgendwas. Hab es. Den brauche ich nicht. Habt ihr das gehört? Wir nehmen das Rohr. Wir nehmen das Rohr. Oh. Hab ich mich verviert. Ah. Ah. Walking Simulator haben einige geschrieben. Ja, ich Walking gerne mal. Da kommen wir nicht hin, aber hier, das brauchen wir, glaube ich. Hier brauchen wir, glaube ich, den Hebel. Von wo kommt denn da jetzt was? Ich dachte schon, er fällt rein. Mal schön gucken. Könnt ja sein. Licht aus. Licht an. Aha. Hier sind Dinge. Hier ist ein neues Rohr. Warum ist da nichts drin? Ich denke, da ist mehr Loot, wenn man operhaft spielt. Hier ist eine Flasche. Die brauche ich aber nicht. Oh. Cool. Hauptsache der Hut. Oh, der Set hat aber gezogen. Der Öf war nicht gut. Hier ist was. ein Paddel. Ruder. Nehmen wir mal das Ruder, dieses alte Luder. Und wenn ich jetzt die Waffe nehme? Wo hast du denn das versteckt? In deinem... Ich sag's nicht. Da ist noch eine Schaufel. Schaufel klingt gut. Aha. Da ist noch mehr Suff. Hier ist ganz viel Suff. Oha. Da ist nix. Ja, warum ist denn da überall nix drin? Herrgott. Wir nehmen die Schaufel. Schaufel ist besser als Ruder. Ruder können wir ja da liegen lassen. Das können wir uns ja dennoch holen. Da ist noch eine Schaufel. Mist. Hier ist überall nix drinne. Hier ist überall nix drinne. Jetzt viel Ruhe. Da ist ne Axt. ne Frische. Was ist das? Das wär ne Ablenkung. Sieht eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Aha. Nur ne dünne Wand zwischen Zivilisation und Gewalt. Hier war noch ne Schaufel. Die nehm ich mal lieber mit. Wegen Axt benutzt und so. Sonst ist hier nix weiter, ne? Was ist das? Ach so. Geht ja ab hier. Ich ignoriere das mal. Nee, dann gehen wir erst mal zu diesem Haus. Wir gehen erst mal zu dem, was am weitesten weg ist. Ich hör die Musik. Ich hör die Musik. Wenn ich da jetzt mich durchzwänge. Ich hab wir mal speichern sollen. Da ist einer drin. Wollen wir wetten? Ja. Nicht. Da. Auflösch. Wieder nix. Warum ist hier überall nix drin? Paar Mumpeln. Statue des Betrachters. Das war ne Funkstation. Der hat ja da gehockt, ne? Der Honk. Das war kein Hock. Das war ein... Äh, kein... Der hat da gehockt. Ich... Ich... trau mich noch nicht in die Gebäude. Hier haben die gewohnt. Wieder nix. Voll. Aha. Da gibt's also auch noch ne Begrenzung. Oh. So ne Art Skillbomb... Äh, halt. Gibt es aber nicht, ne? Ne. Nee. Das ist nur der eine, ne? Wie kann ich mir da Mumpeln holen? Irgendwas ist hier ja noch. Ist ja nicht zu überhören, ne? Mal gucken, ob ich nicht noch irgendwo... Nein. Vielleicht, wie lange der hier schon rumoxidiert? Ich soll schleichen? Guck mal, hier gehen... So Spuren lang. Da seht ihr das? Aha. Hat hier was gebracht. Was. Was. Ja. Ja, lasst die jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, scheiße, lauf! Oh. Nix passiert. Der Herr hat gleich ordentlich wieder Energie gekostet, ne? Da sind noch mehr. Ich dachte, ich komme vorbei, aber da war ich wohl, hätte ich wohl noch warten sollen. Vorhin hatte ich 26, warum habe ich jetzt nur noch 20? Hä? Erstmal haben wir hier eine Waffe. Dann haben wir hier noch was. Das hat nicht viel gebracht. Da hinten muss ich, glaube ich, hin, ne? Nicht bewegen. Ich habe doch gar nichts mehr gemacht. Die Figur geht einfach weiter. Oh. Habt ihr das gesehen? Geh hoch! Ah. Ah. Oh. Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin jetzt hier oben drauf. Ja. Und nun? Ah. Und nun? Ach, hier. Aber man kann es schlecht sehen. Braun auf braunen Ton, ne? Fester Stoff, Schlüsselgegenstand. Aha. 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 Jetzt habe ich Stoff. Ach, da. Bevor ich das mache, ne? Ach, kann ich nicht. Gut. Na, dann muss ich durch. Das ist ja keine... Das ist ja nicht die Realität. Der Hut, ja. Der Hut ist wichtig. Der Hut ist absolut wichtig. Aha. Gut. Nächste Folge geht weiter. Tschüss. Der Hut 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Aber das ist ja nicht vorhin, auch wenn daw ich schon vor. Auch wenn wir das jetzt machen kann, einuetd від Schleisch-2, 11, 10. 2, 12, 11, 3, 11, 14, 16, 19, 20, 20. incorporate, Mount und ab oder qu Mainten.